Was war das für ein Krankenversicherung? Einmal habe ich keine Krankenversicherung. Ich wohne im Süden von Deutschland, am Schwarzwald, und habe dort einen Sahnarzt gesucht und habe dann einen gefunden, der allerdings eine Stunde weg ist. Es wurde immer nur wenig gemacht und ich hatte viele Fahrwege. Und dann kam ich durch, ich denke durch das Internet, kam ich auf Denta Prime und war zuerst skeptisch. Das klingt gar zu toll. Heute wird man ja mit Werbung überschüttet. Und dann habe ich aber eben gerade auch die Kommentare von Patienten gelesen, die hier waren und von Denta Prime selber, was sie schreiben. Das Konzept hat mir sehr eingeleuchtet. Ja, und dann habe ich mich entschlossen, das zu versuchen. Voll und ganz, kann ich schon sagen, ja. Eher hat es mich überzeugt, dass das absolut stimmt und dass es sehr fair zugeht. Es wurde ein Kostenvoranschlag gemacht und jetzt hält es sich auch absolut in dem Rahmen. Und das ganze Gebäude, das ganze Konzept, die Menschen hier, hat mich überzeugt, sehr freundlich und kompetent. Und man hat gemerkt, der eine, das Labor arbeitet zu eng zusammen, sodass man ganz schnell bekam irgendwie, dass man, man hat eine Operation gemacht und am Abend konnte man schon wieder essen, konnte man beißen. Die Menschen, wie ein Rat ins andere greift, bekommt man einfach den Eindruck der Kompetenz. Und da geht die Angst auch weg. Weil ich habe alles Mögliche erlebt. Ich habe ja lange in Wien gelebt und da musste ich am Wochenende Notdienst, ein Zahn ziehen und das war die Katastrophe. Und hier wurden auch ein Zahn gezogen, aber das war keine Katastrophe. Einfach die Kompetenz fühlte ich mich, konnte ich loslassen und die Angst geht weg. Vielen Dank. Vielen Dank.